Hallo liebe Leute, was geht ab zu einem neuen Video auf meinem Kanal, heute mache ich ein Hi-Hi-Video. Und ja, ich will euch nur prüfen und ich weiß nicht warum ich das habe. Jemand anderes hat gerade gespielt. Und dann ist es ein Wies-Disbrief. Und dann bin ich was. Und er hat mich auf Leif fjörn. Und er hat mich auf Leif fjörn und er hat mich auf Leif fjörn. Und er hat mich auf Leif fjörn. Ich würde mich auf Leif fjörnig sein. warum hat man keine sony die erlaubnis reinzukommen hier der name könnt ihr mit dem kürzel name aber ich bin der leiter und da habe ich ein kleid er soll da oben nicht mal schnell sein ich glaube es ist auch noch fast ich glaube ich brauche Buschis und habe so ein Bolschi gefällt ich habe ein kleid er soll das von ich habe ein Buschfeld dann habe ich dann mehr so ein Kirchenfeld und so aber ich bin mal level 100 gewesen dann bin ich von mir wieder übergelegt aber sie ist gelöscht von aus keinem Grund und das ist immer auf dem gleichen Account darum könnte ich nie wissen warum das soll ich dann haben wir ein Buschi die Bodenaufgaben darum haben wir die aus der Hause Leitdecke aber darum nicht Beedys ich habe keine Beedys dann 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 Peering, Peering, Peering! Verrugst du? Uuuuuh, ich bin hierhert. Uuuuuh, ich bin hierhert. Uuuuh, ich bin hierhert. Uuuuh, ich bin hierhert. Ich kann schon. Uuuuh, ich bin hierhert. Ich bin ein Stier, wo ich bocke. Warum habe ich nicht mehr... Ich habe gesagt, dass sie etwas von diesem Kind in den Job muss tun, dass sie vielleicht irgendwelchen Bissli-Sappel zum Koffeln lebt. Oh, schon fertig. Armes Buschi. Ja, schau mal das an. Ich habe hier alles fast gefüllt. Fast mal so riesig gewesen. Und da bist, da bist, da bist. Da sind wir da. Es wollte ich wissen. Und da sind die Buschi. Da sind die abfällbare Monate. Ja, fertig. Wo ist mein Lieblingshase? Ja, da sind wir da. Da sind wir da. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Ich bin ein ganz guter Name. 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 Und da sind die Buschi-Sappel. Ich bin ein ganz guter Name. Manni! Warum hat sie mich nicht so gut? Was ist meine Wurzeln? Oh, ich habe keine Wurzeln gemacht. Ich brauche im Moment alles für die Gemeinschaft beizutreten. Akzeptiere ich es? Natürlich. Wenn ich halt einen Namen habe, dann habt ihr den deutschen. Habt ihr die denn einfach jeden? Und dann... Bitte schreibt in die Kommentare, wenn ihr reinkommt. Und euer Name, wie er heißt die Formname. Der Formname. Sehr nett. Aber ich kann auch Formen vorstellen. Nicht nur einfach die aus meinem Team. Du kannst nicht immer jeden einmal vorstellen. Die kann ich noch mal gut vorstellen. Und du jeden, der reinkommt, mal vorstellen. Die hat noch nicht alles gezeigt. Ops... Und halt den tiefsten Levels. Aber schau mal was er hat da. Ich weiß gerade, den ich mir für Geld gekauft habe, also wenn wir hier noch vorne spielen, weil sie dich dann nicht tun. Oh, das sind meine besten zwei Sachen. Wenn ihr wisst, wann was ihr mir bekommt. Ich hab's euch gemeint vom Tag, aber ich glaube echt nicht. Wenn ihr eine Gruppe habt, wenn ihr mich überlegt, habe ich nicht. Warum mache ich? Kommt ihr sehen? Warum mache ich? Macht was, mein? Warum mache ich? Ein anderes Lipp. Was ist das? Warum mache ich? Ein Lipp? Wie ist das denn heller? Mein Lipp! Mein Lipp! Mein Lipp! Mein Lipp! Mein Lipp. Mein Lipp. Warum habe ich nicht viel Weiss? Ich habe zu meiner Felbeid. Ich weiß, wie es gut wie möglich. Und wenn ganz her ist, dann geht's wir noch nicht. Ich geh jetzt nicht vor fünf, du gehst hier lang. Nein, ich hab so viel Plan. Ich hab nicht zu viel. Nein, ich mach nichts. Denkt ihr, was mache ich? Ich mache Brutti. Irgendeine Namens. Elina, der mein Job spielt, und es sind zwei Leute, die das spielen, hat mich alles erkannt. Ich glaube, dass es nicht mal verbietet ist, aber es macht mir immer noch so Spass auf dem Leben viel. Ich wollte es verspielen. Leute, wenn ich mir Tricks sage, wenn ich mich weiter mache, dann bitte helfen. Ich will mindestens einmal Level 100 erreichen. Wenn ihr mehr seid und wollt Likes, und bei Thun's Likes, mache ich weiter. Kommt das nächste Video. Nein, warum könnte ich mir helfen, dass diese Werbung anders weg ist? Warum? Warum habe ich Werbung? Ja. Ja. Dann zeig ich mal. Hau rein. Leute. Und ciao.